Warum versichst du? Was willst du denn? Na, was willst du denn? Hallo, lieber Stefan! Na sie, oder sie, oder vielleicht sie? Mit Mark Weigel. Und ist das Schwein. Wie die Bild-Zeitung meldet, hat Mark Weigel ein Verhältnis nach... Beim internationalen Heckenbecken lecken Schmeckenbecken, Gewahnpecken-Lecken vor Wackenbeckenbecken Leckung-Bekken-Mecken-Becken. Tag, das habt ihr nicht verstanden, ihr Affen. Ihr Affen. Ihr Pack. Ja, so heiß ich. Glaub es mir, glaub es mir, das Buller. Alter. Das ist meine Rubrik. Diese Hände. Bier am Nüden ist er bei aaaaaaah, aaaaah, 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 mit Ausdruckstanz. Aaaaah, aaaaah, aaaaah. Mit Aaaaah. Alter. Ist ein Bruder! Möchten Sie nicht vielleicht die Theke wickeln? Aber gern. Sag mal, warum hat uns eigentlich keiner verarscht? Also Tommi, also bitte!